so und damit hallöchen und hässlich willkommen zurück zu einer weiteren mega spannenden mädchen bei der guten alten marina checker bei ihrer fähre borgenentur ich hatte mir die merken aber wir haben auch nicht mehr so viele mädchen dass ich mir merken müsste es nämlich nur noch vier stück beginnend mit den heutigen die feuer kicker die mit feuer im bauch der fall in the guts stomach oder guts stomach ich weiß nicht mit englisch ist not so the yellow from the exo zu sagen aber ich weiß wir haben nicht mehr so viele matches hier deshalb ja nehmen wir gleich mal los ich bin mal gespannt vorher kicker wir hatten ja schon mal so ähnliche wir hatten hier mal ein feuer da etwas explosionshafter mit den furiosodien also was wir hier gekommen wenn man sehr gespannt so wir spielen an der brücke von olio spricht im frankreich das gute bei euch kein englisch denn mein französer ist fast beste wie man englisch so antreten und wir gucken mal wie es so läuft jetzt immer härter und härter und mal gucken mal nicht mein ziel erreicht so zu sagen so touchpin is ready und wir legen los alternate oder als mit 11 was ist die feuer kicker die mit 63 schon fast schon richtung mein niveau level mäßig dann schauen mal bekannte gesichter oh cute ist auch dabei geil ist das ein und das ist dabei finde ich auch mega schaut hatten wir es vor kurzem und ein paar andere kann jetzt nicht so ganz zb den torwart roundy ja da läuft nicht so ganz und uuuuuh excel platze da platz mir die platze wenn ich ihn sehe hei 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 schauen wir mal gehen wir erstmal hier auf die mannschaft an sich weil alles dabei ist dylan quint zukünftiger kleinkrimineller der im schulflur rennt und bänke beschmiert oh also ein richtiger schul moment wo sind wir denn da gibt es los ich dachte mir schon modern bodenständig und logistisches denken machen sie zur top-analyste ja hallistik kann von homöopathie gottes jetzt geht schon mit dem werte los kann von homöopathie nicht genug kriegen und ist deshalb ständig krank war das nicht tatsächlich das ist echt eine ffp2 wie sie weiß in japan der so eine stinknormale mund nasenschutzmaske wusste ich das gar nicht das ist so cool das ist echt charakter der so eine original maske hat wir hatten ja schon ffp5 masken da gefüllt mit dem gasmasken weiß der geier was also eine richtige ffp2 ähnliche hatte ich jetzt noch nie gesehen das ist ja cool da ist in japan ja auch ganz normal beziehungsweise jetzt weltweit und homöopathie war doch dieses naturheilkunde zeug oder wenn man nicht alles trifft ich kenne mich dann nicht so aus der ich auch so selten krank bin weil ich sagen muss vor zwei wochen hatte ich auch corona aber nur eine woche also ich war nur drei tage krank wie eine normale grippe dann eine woche immer positiv und dann negativ war alles gut also alles gut nicht so schlimm aber interessant habe ich auch noch nie gesehen spannend so nate blackside ist auch dabei jüngster blackside zone wird klump ist aber eigentlich eher schlau ok dann dylan künd hat mir schon dazu ein bisschen vorgebringt der kleinkriminelle zukünftiger kleinkriminelle der im schulflur rennt und bänke beschmiert also so ein richtiger schul rowdy liebe ich ja pervy miss cutie die schöne unbekannte taucht aus dem nichts auf und hilft bedürftigen das ist ein ziemlich cooler marvel charakter oder wer gibt es so einen marvel charakter ich kenne mich da einfach null aus das ist einfach gar nicht meine bills rick whitehurst zweiten zwilling der whitebridge butler will bodyguard werden ja das sieht schon ein bisschen schrankmäßig aus das klappt ja hundertpro danke zu den verteidigern wo ich schon einige mehr kenne wie zum beispiel chen chard hatten wir auch erst vor kurzem pflückt erdbeeren und kocht daraus ihre eigene erdbeermarmelade in gläsern den chars haben wir es vor kurzem gelernt general james umgeschlagenes mitglied des schachtclubs mit aussicht auf profikarriere general game klingt wie general irgendwas also wie so ein feldtier macht das schon denn feldtier müssen ja auch ziemlich taktisch und so schach mäßig denken wenn ich die schlachten planen also so wie in einem strategie spiel taktik spiel toja breud hatten wir auch erst vor kurzem mag jungs die jungen sind als sie und süß müssen sein ja man könnte fast sagen das ist eine klingt ein bisschen schwelz aber das ist ja im grunde da die jungs mag die jünger sind als hier ist es eine angehende ah ne da gibt es kein wort dafür oder andersrum wäre es ja ne milf ich spreche das wort nicht aus aber ihr wisst wahrscheinlich was das heißt aber so rum gibt es wahrscheinlich auch ein wort aber ich kenne mich ja bei sowas nicht aus sowas so frivole sachen interessieren mich ja nicht devon horns der bassist ist so unansinnig um seine musik kapital zu schlagen hatten wir schon tausend mal diskutiert das juckt keine sauer setzende maske auf und alles ist super gabe roundhouse der mir gar nichts sagt sein rundum schlag ist perfekt aber er wird dabei immer schwindelig hat passen dabei ist jo schweifenhaken und feuertonnade wo man ja auch so hart gewarnt als kicks macht macht also sinn aber mit war das nicht weil es lässt sich bei lust die geschichte ist das nicht ne 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 angehende bei beim typ versen sogar daddy seine angehende sugger mama oder wenn sie jungs mag die jünger sind sie und süß müssen sie Imagine, da kommen Leute auf, unfassbar. So, hier wäre fast Lou Bigger daraus geworden, Lou Bei. Liebt chinesische Geschichte, möchte eine eigene Nude-Dynastie begründen? Passenderweise liebt der Reiche und die große Mauer, quasi die China-Attacks. Nude Lies, musste nach einer Schulterverletzung seine Handballkarriere aufgeben. Gut, das ist bitter. Und Garnet hatten wir ja auch so kurz, Gareth Mett, viel durch Fühlen sieht man seine starken Kämpfernatur magisch angezogen. Lagerbeck erst beim letzten oder vorletzten Match. Weile geben auch so neben bei so ein bisschen noch FF9 wieder mal Spüle. Deshalb ist Garnet da sehr im Begriff. Patrick Childs geht unglaublich gern zur Schule und will niemals erwachsen werden. Möchtigen Peter Pan und Lion Wildcat. Den man nicht noch beherrscht, aber wird zur Furie, wenn man es darauf anlegt. Ein Girl, jo, sieht man eindeutig. Und als Trend haben wir Axel Blaze, wie gesagt. Wenn Taktik dann richtig. Plus 20 Spezialtechniken, minus 20 Team-TP. Was sich so ein bisschen ausfleicht. Dem darf dieser Welt dient mehr Fußball mehr als extra Plays. Der famose Stürmer. 63 Team-Level haben sie und 94 TTP, wo man schon ein bisschen was reißen kann. Und ich denke bei dem Niveau, bei dem Trainer von anderen wird es bestimmt irgendwas geben. Also, ich spanne bloß noch meine TTP auf, meine TTP und schau mal wie das Match so wird. Und, let's go, wenn ich treffen würde. So, Anstoß. Dann, schauen wir mal. Erst mal wieder. Sehr bekannte Schuss nach hinten. Ein Wixemoth. Und heute sind sie irgendwie ein bisschen langsam bei mir. Schauen wir mal Sackermotor raus, das ist eh so selten da. Schauen wir mal. Wie es so wird. Jetzt sind echt ein bisschen fast schon lahmmaschig, würde ich sagen. Aber schauen wir mal. Oh, der brennt wieder die Burg. Erst mal mit der Ohne, so gut ablöschen. Kleiner Frosch im Hals. So, Aaron holt seinen... Na, so. Da. Seinen Erz-Pegasus raus. Oh, Vitra. Ne, Evritra. Da noch ein zweites Erd drin. So, bin ich schnell genug? Ja. Mal gucken, ob irgendwer Rondy gut vorbeikommt. Pegasus-Faust. Könnte knapp werden. Denk mal hier nicht, dass es jetzt Fruchten gibt. Denk mal, ob es irgendwer gibt. Eine starke Technik kommt. Okay, Gigabyte ist hier, dass ich dir alle steckst, aber 500 PC locker halten können. Über 700, was sage ich? So. Da geht das Bällchen. Natürlich in die Richtung so nackt. Das heißt, ich muss mal wieder bezogenermaßen Brandverbot reinsetzen, was ich ja nie so gern früh mache. Aber immer wieder trotzdem gern früh mache, weil ich einfach nicht meine Prinzipien festhalte. So. Dann holen wir mal die Urgewalt raus. Boom. Zeta. Zeta nicht. Jetzt wird's Ecosplosion-haft. Jetzt ist ein klein bisschen mehr Rums dahinter. Aber auch nicht so ganz Richtung 700, das ist das Problem. Aber nach und nach könnte ich noch schwirken vielleicht noch ein Zerschüsse und dann... Ah, der ist echt ein bisschen stark wie Friedra. Na, cutie. Hi. Erstmal ablocken. Kurz gehustet. So. Es ist auch nicht schlecht. Na. So. Bei dir geht es was. Mal dunstwöl. Ich hoffe, das reicht. Ja, reicht. Ich finde ich schon einsetzt. Es kostet so viel TP. Und dunstwöl ist mittlerweile auch relativ gut mittelmäßig hochgelevelt. Bei Gabi-Chan ist ein Verteidigungs-Miximorphin. Okay. Hat sich jetzt kaum was verändert. Aber ich glaube, wenn mich alles täuscht... Ne, beide sind Verteidigung. Da ist ja Story-mäßig, Counter-mäßig. Da werden ja kaum die eine Abwehr und die andere Sturm sein. Wobei man das ziemlich geil kombinieren könnte. Merke ich auch ein bisschen leicht spät. Wir haben nicht mehr so unendlich viele Matches. Aber ich komme jetzt drauf, dass ich vielleicht unterschiedliche Positions-Kampfgeist und Miximorph einsetzen könnte. Komm ich ein bisschen spät drauf irgendwie. Und ich glaube, das passiert auch nicht mehr. Jetzt geht er schon bloß an seine Grenzen der Roundy. Er läuft nicht mehr ganz so rund. So, noch ein Kampfgeist. Ich denke mal, wenn da von vorne Maestro kommen würde. Uh, Siren. Le femme fatale. Uh. Ziemlich gute Kampfgeist vom Gegner. So. Geisterduell. Ich komme jetzt natürlich eher den Kürzeren. Also rüste ich mal lieber. Danach ein Wundersprint. Das stimmt. Dann müsste man am meisten Ball geben. Einmal der Bässe. Ah. Raben-Karne stimmt. Ah. Das setzt sich leider durch. Okay. Das wäre so eine Vögelstechnik. Oh, der war dann stark gestartet. Uiuiui. So. Genau. Schüss. Gib mal den Ball ab. Besser ist das. Genau. Ab zu meinen Dino-Boy. Oh. Nicht so weit. Ah. Abseits. Irgendwie nicht so. So. Tor. Sag mal dazu. So. So. Torträchtig. Sagt man das so. Torträchtig. Torträchtig. Es gab noch nicht zu viele Tore hier leider. Gucken ob wir dann noch ein bisschen was reißen können. Erstmal noch ein bisschen trickern. Rauskürzen. Ein, zwei Techniken. Dann wird die Richtung down geht. Also das war klar, dass er den Held. War aber auch nicht geplant. Puh. Geht schon mal sehr gut los. Nächster Kampf ist. Ich bin schon voll. Ach stimmt. Geht ja wieder alles. Habe ich holen wieder. Er ist eh in der Nähe. Sieg jetzt aber lass ich den Einsatz frei. Für Chipe. Falls. Das war mal sehr sehr Richtung. Meine Hälfte geht. Aber die müsste ich eigentlich haben. Jo. Hup. Lege Richtung. Ne. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So. So. Vielleicht noch eine Technik. Er schwitzt doch nicht so ganz. Ja. Noch ein bisschen Zeit. Ah. Ich glaube ich komme nicht so vorbei. Oder? Jetzt halte ich jetzt eher. Ah doch gar nicht. Super. Es ist eh nicht gedacht. Muss ich ehrlich gestehen. ein. So. Mit meinen 65. Geht wenigstens noch Volltonado. Ein DD. Eine starke Zeitrechte die man hier ein bisschen besser einsetzen könnte. Aber das könnte vielleicht reichen. also zumindest erschöpft es. Und wenn ich schnell genug bin. War. Too slow for my life. Ablocken. Haben wir keine Rüstung. Geht einfach so. Jetzt auf ganz entspannt wenn ich hier an. Dann. In der Weckung. Ohlkrieg. Mega Rückenunterstützung. Das heißt. Kannste knicken. Und zu guter letzt noch. Ein. Musikalisches. Hyper. Harmony. Listen and repeat. Eine die andere war halt die musikalische Technik. Wie Pupps. Geile Technik. Aber zu schwach. Endlich das 1 zu 0. Ja. Das war aber musikalisch. Sehr schön. Boah. Hat ein bisschen gedauert. Aber. Das erste Tor ist ungeplumpst. Nein. Das nächste Mal halte ich aber. Was ist das? Grande. So schießt man. Heide. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen das ganze. Aber ist okay. Ich meine es ist auch ein etwas höheres Niveau. Wo sie auch ein bisschen mehr konzentrieren müsste. Aber mal gucken. Das machen wir erstmal auf Sparflamme. Jetzt noch was reißen bringt auch nicht zu viel mehr. Die Ticke sparen wir uns. Auch wenn ich jetzt leicht gefahren gehe. Ich weiß gar nicht wer Fehlschüsse drauf hat. Aber okay. Hat keiner gewagt. Also alles gut. Das können wir sicher noch rumreißen. Tatsächlich. Die hat eine FFP2. Eine eher winzige. Aber. Ja. Die Nase ist auch bedeckt. Das ist ja. Wann kam das Spiel raus? 2000. Galaxy kommt 2013 raus. 2010, 2011. Die hatten das schon vor über 10 Jahren. Ich sag's ja nur. Angriff ist die beste Verteidigung. Schon krass ist das. Das ist wirklich eine. Ist das cool. Wieso feiere ich sowas? Ich weiß nicht. 7 Teuflschüsse. Keine ging rein. Das sollte ich eher zu bedenken geben. 7 Techniken gegen 11 hatte ich jetzt weniger mal. Und 49% Ballübersitz. Die Statistik ist nicht gut. Eher traurig. Weil wann war ich wieder mal unter 50%? Ja. Ein Schluck. Dann geht's weiter. So. Und weiter geht's. By the way. Das Getränk. Auf the day. Wieder mal ein bisschen Schleichwerbung. Fork Brower. Und Bubblegum. Da ich noch nicht meine Investition getätigt habe. Endlich mal etwas von Just Lettions zu bestellen. Endlich weiß ich mal wie es heißt Just Lettions. Daher mein Level Up. Gaming Booster. Langsam den letzten Krümel. Ähm. 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 Äh. Der letzten Krümel. Von sich gibt. Sagen wir es mal so. Grammatikalisch. Also es ist nicht mehr so viel da von meinen alten. Meiner alten Dose. Deshalb brauche ich mal eine neue Dose. Und da. Bin ich ja schon extrem. An. An. An Just Lettions dran. Da es ja dieses Drachenfrucht Jutsu gibt. Was sehr cool aussieht. Und es gab ja auch so einen Community Geschmack mit so mächtigen Urio. Was bestimmt mega lecker ist. Muss noch überlegen. Aber derzeit ja. Trink einfach das was irgendwie so rumfliegt. Und der fliegt auch. Sehr gut ins Tor. 2 zu 0. Super. Okay. Kleine Hoffnung für Rang. Es ist da. Wobei die ganze Tour wird es nicht mehr S werden. Nein. Nächstes Mal halte ich aber. War es nur ab. Ja. Ich habe es geschafft. Denn am Ende sind wir glaube ich locker bei 70, 80 oder sowas. Ich meine wir haben noch 3 Matches vor uns. Und da sind wir schon bei. 63. Also wird locker 70, 80 rum werden. Bezweifelig ist das es auf diesen. Äh. Diese. Punktzahl weiterhin geben wird. vor allem bei solchen Gegnern hier. Wie bei Miss Cudi. Die echt nicht so schlecht ist. Taktisch. So. Maestro rüsten. Was mir nichts bringt. Dann zieht der Rabenkralle leider. Wird Maestro locker ausspielen. auch Siren oder Sirene. Ist echt nicht schlecht. Habe ich ja auch gehabt. Zwei oder drei Mal sogar. Bin aber zu Fall irgendwie so. Andere Kampfmeister mal einzusetzen. Vielleicht mal Richtung die letzten Tour rum. Dass ich da mal ein bisschen. Da mal ein bisschen was taktisches mache. Waren bei den letzten beiden Touren. Die beiden 99er. Die haben ja. Habe ich ja schon mal gesagt. 16 Mannschaften mit 7 über 99. Bei den letzten Touren. Bei der Großvater Tour. Und bei der Firewheel Tour. A.k.a. Die Download Tour. Wo sie ewig lang genannt wurde. So. Mal gucken. Mundtandem vielleicht. Ich weiß nicht ob die reingeht. Ich denke bei den letzten Touren. Wird es wahrscheinlich schon. Ein bisschen. Eine taktische Umrüstung geben. Aber gucken wir mal. Erstmal müsste ich da mal wieder gucken. Dass da was geht. Sieht leider nicht ganz so aus. Da er gemorpht ist. Habe ich mal im Augenwinkel mitgekommen. Aber mal gucken. Ja. Wie du es tun zwar. Eklige Technik. So. Victor. Sieht auch nicht mal ganz so siegreich aus. Jetzt wird es langsam ein bisschen. Ja. Oh. Oh. Hat sich kaum geändert irgendwie. Vom Style her. Dylan. Ah komm. Oha. Komm schon drüber hier. So. Jetzt mal ein bisschen. Taktik. Black Thunder. Das sieht gut aus. So. Und jetzt. Ah. Das war jetzt taktisch nicht ganz schön. so klug. Aka. Total dumm. Aber ich habe. Zumindest. Ne. Ich blocker von ab. Und sonst müsstest du normalerweise auch nicht zu viel dagegen haben. Feuersichter. Geh mal doch. Irgendwie knapp die Feuersichter. Was ist irgendwie denn. Irgendwie bei mir. Nicht ganz so klug. Ein ganz hohes Niveau. So. Zanack schwitzt auch ein bisschen. A little bittle. Den müsst ihr aber kriegen. Jo. So. Da noch ganz kurz. Ach. Zit ist schon draußen. Aber ich. Wirklich irgendwie gar nix davon. Dann holen wir noch mal. So. Der war auch noch gar nicht da. Der Schala. Rote. Star. Das Zanack. Da noch mal wieder. Ein bisschen. Der Bumpster. Da hinter hat. Und hauen. Blutrot. Keil rein. Jetzt verwechseln mit. Blutrot. Geil. Das ist ein. Erotik. Streifen. Wart bin ich. Woher ich das weiß. Wuuu. Piu. 3 zu 0. Ja. Ok. Okay, in neun Minuten wäre ich ein bisschen spottig. Ah, vielleicht gibt noch einer. Nein, wenn ich es mal halte, kann ich aber. What's not? Ha 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 ha. Habt ihr das gesehen? Das war der absolute Knaller. Absolutely. So. Wobei, mit ein paar Taktiken könnte es schon klappen. Und das machen wir gleich mal. So, jetzt aber etwas stärker. Doppeldeffahrer, Virtuoso, Vulcano. Ballführend mit Viktor. Ah, tschat. Komm ich da vorbei? Uh, aber sehr kritisch. Uh, schnell, schnell. Ah, ich wollte jetzt noch irgendwas. Kampfgeist oder Mixemath machen. Wahrscheinlich eher Kampfgeist, aber klingt zeitlich nicht. Oh. Aber, er ist jetzt quasi nackig. Trotzdem zeitlich, ne. Das wird nichts mehr. Ne. Schade. Bleibt leider beim 3 zu 0. Mehr wäre besser gewesen, aber ist ja immer so. Vielleicht geht noch einer. H35, da geht leider nix. Ich meine, zu starken eingesetztes Haupt. Okay. Dann zu stellen wir wenigstens Siren. Jetzt gerüstet wird sehr schön. Kann ich also nicht zerstören. Und wieder ihre Fersengeld, okay. Auch eine coole Rüstung. Nicht schlecht. Erstmal den Gegner bewundern. Wobei, in der Kombination sieht es irgendwie komisch aus. Also es ist schwarz, weiß und rot. Ne. Nicht so meins. So hat es entspannt. Ablaufen lassen. Mit 3 zu 0. Schade. Naja. Trotzdem. Kein schlechtes Match eigentlich. War schon ganz gut. Aber hätte besser sein können. Aber es ist immer so. Immer meckern auf hohe Nebo. Genießen Sie. Nachher wird es vielleicht nämlich nicht gehen. Na schon noch einige. Grandioso. Wir haben gewonnen. 11 Trollschüsse. Und 3 gegen Rhein. Das ist traurig. Ich bin immer noch 49%. Das ist ja richtig traurig. Und sie haben fast doppelt so viel Technik. Boah. Ich... Boah. Ich... Ich... So schön wie früher. Du hast meistens andersrum. Kein guter Loot. Nur die Feuerklicker, die erwarten, was ich überhaupt nicht wollte. Naja. Hilft ja nix. Vielleicht wird es aber nächstes Mal ein bisschen besser. Mal gucken, wer der nächste Gegner sein wird. Genau. Aber erst mal jetzt keine Nebenbelohnung. Beziehungsweise beim nächsten Mal auch. Uh. Die Bäume kenne ich doch. Sind das nicht die Waldfreunde? Im Namen des Waldes. Die Waldfreunde. In Campo de Tsongana. Uh. Sehr cooler Ort. Aber erst mal gehen wir mal. zur Schatztruhe Nummer 6. Mit. Der Technikanleitung Zentrifuge. Da gab es eine Blubbeltechnik. Interessant. Ah. Da hatten wir. Ich habe ich völlig vergessen. Gut. Dann haben wir da. Ich keine Chance mehr. War ich da echt so schlecht bei den Feuerbällen? Äh. Vorletztes Mal. Weiß ich schon gar nicht mehr. schon Uhrzeiten her. Aber vielleicht wird es ja nichts Mal besser. Gegen die Waldfreunde D mit 67. Und. Ja. Ich denke mal das wird dann 70, 75 am Ende sein. Wird er immer härter und härter. So wie ich es mache. So. Damals nächstes Mal liebe Freunde. Geht zu den Waldfreunden. Da geht es ab in den Wald. Und. Dann schauen wir mal. Wie es da so läuft. Also gut. Da würde ich mal sagen. Nachbar zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen. Immer schön am kleinen. Runden. Ball bleiben. Bis dann. Ciao.